Hallo meine Freunde, super geil auf euch am Start, und herzlich willkommen zu einem neuen WoW-Video auf meinem Kanal. Wir spielen Violet Hold im Heroic-Modus. Des Weiteren wollte ich noch etwas zum Shadow Priest loswerden. Und zwar, im Moment ist er so ein bisschen underpowered, will ich es mal beschreiben. Ich komme ganz gut klar, es nervt mich schon ein bisschen, dass man den ein oder anderen Spruch hört, weil der Shadow ja im Vorfeld so ein bisschen gehypt worden ist und es nicht ganz hält, was er versprochen hat. Nichtsdestotrotz werde ich ihn jetzt erstmal weiterspielen. Ich habe mir schon überlegt, zu rerun auf einen Mage oder auf einen Warrior, aber ich spiele den Shadow seit WOTLK, also Wrath of the Lich King. Den ein oder anderen wird die Gilde for the Horde was sagen. Da habe ich meinen Raid-Spot gehabt als Shadow. Und World of Logs haben wir auch unter den Shadows ziemlich dominiert. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich werde auf jeden Fall nicht die Flinte ins Korn werfen und den Shadow hängen lassen. Oder ich hoffe, dass der Shadow mich nicht hängen lässt, wenn ihr versteht. Und wünsche euch jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Video, wenn ihr was dazu zu sagen habt von wegen, ja, Shadow nervt mich oder Shadow ist nice. Schreibt es bitte in die Kommentare. Ich würde gerne eure Meinung hören. Danke. Schreibt es bitte in die Kommentare. 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 Ich brauche eine tacke, ich habe eine Eierbedvaluation. Ich Waterhole, ich sch designation jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, boy! You really did it! I know it was you, Milhouse! Uh-oh! Listen, Millie, I can explain! Don't Millie me, Milhouse Jeremias Manistorm! I'm coming for you! That's not even my middle name! Thanks a lot! You have no idea what you unleashed upon the world today! I have no idea what you mean. I have no idea what you want to do! On a completely unrelated note, I... Have to go take care of something... Untertitelung des ZDF, 2020 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 It's too far away Untertitelung des ZDF, 2020 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 Komm her! Wie ist es denn, oder? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir werden nicht verletzt. So meine Freunde, wir sind jetzt am Ende des Videos und somit auf meiner Infocard angelangt. Ich wollte mich bedanken, dass ihr eingeschaltet habt und nochmal daran erinnert, das Video zu bewerten. Wenn ihr was zu sagen habt, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare, ich werde versuchen alle zu lesen und zu beantworten. Des Weiteren verlinke ich euch noch ein anderes Video, das euch ebenfalls gut unterhalten wird. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ciao!